Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch ein bisschen etwas über Lightning-Kanäle und Lightning-Zahlung erklären. Zuallererst sei gesagt, ich möchte jetzt hier, ich werde zwar ein bisschen auf die Technik eingehen, aber ich werde jetzt hier nicht den Code erklären oder ins Detail gehen, was genau passiert, sondern ich werde versuchen ein paar Bilder zu erzeugen bei euch in den Köpfen, mit denen ihr euch Lightning-Zahlungskanäle und auch Lightning-Zahlung ein bisschen besser vorstellen könnt. Ich werde zwar ein wenig erklären, wie das Ganze technisch auch abläuft, aber vor allen Dingen geht es hier darum, das Konzept hinter Lightning-Zahlungskanälen zu verstehen. Der Grund, warum ich jetzt hier ein Illustrator bin, ist, dass ich diese Leinwand hier nutzen möchte, um ein bisschen zu visualisieren, was ich sage. Also, fangen wir mal mit den Grundprinzipien an. Das Lightning-Netzwerk ist ein Netzwerk aus Nodes, genauso wie das Bitcoin-Netzwerk auch. Diese Nodes tauschen allerdings nicht nur Informationen miteinander aus, sondern gehen tatsächlich Verbindungen miteinander ein, die wir als Zahlungskanal kennen. Wir haben also zwei Nodes und diese beiden Nodes sind verbunden durch einen Zahlungskanal. Und dann haben wir noch mehr Nodes und auch hier gibt es immer wieder Zahlungskanäle, eventuell nicht zwischen allen Nodes, aber eben zwischen einigen Nodes. Und wie ihr wahrscheinlich auch wisst, können wir über diese Zahlungskanäle tatsächlich auch Zahlung vornehmen. Und das eben nicht nur an Peers, mit denen wir direkt verbunden sind, sondern auch an Peers, mit denen wir nur indirekt verbunden sind. Das heißt, wenn das unser Node ist, könnten wir auch an diesen Node eine Zahlung schicken und dafür hätten wir unterschiedliche Pfade, nämlich einmal diesen hier, zum Beispiel diesen hier oder auch diesen hier oder diesen hier. Also ihr seht, unterschiedliche Pfade durch das Netzwerk und genau, das ist erstmal im Grundprinzip das, was Lightning ist und wie Lightning funktioniert. Aber was sind jetzt eigentlich diese Striche, was sind diese Lightning-Zahlungskanäle eigentlich direkt und vor allen Dingen, wie kommt hier jetzt die Bitcoin-Mainchain ins Spiel? Betrachten wir jetzt einfach mal zwei Nodes, die einen Zahlungskanal zueinander haben. Dieser Zahlungskanal ist grundsätzlich erstmal ein sogenanntes Multisig-Wallet bzw. eine Multisig-Adresse. Multisig steht für Multiple Signature und eine Multisig-Adresse ist eine Bitcoin-Adresse, die eben Coins haben kann, die nicht nur durch eine Signatur gesperrt sind, also nicht nur durch einen Key, sondern durch mehrere Keys. Und diese mehrere Keys können tatsächlich auch aus unterschiedlichen Wallets kommen. Das heißt, mit einer Multisig-Wallet könnte ich mit einer zweiten Person eine Adresse gemeinsam eröffnen sozusagen. Wir könnten beide auf diese Adresse einzahlen, das ist einfach eine ganz normale Adresse im Netzwerk. Aber ausgeben können wir von dieser Adresse eben nur, indem wir beide Schlüssel für diese Adresse eben vorzeigen. Das heißt, ich kann alleine von dieser Adresse nichts ausgeben. Und der andere, der eben auch dann dieser Adresse-Teilhaber ist, der kann auch nichts alleine ausgeben. Da gibt es dann verschiedene Konzepte, die nennen sich dann 2 of 3 oder 2 of 2 oder 2 of 5 oder 3 of 5. Also X of N Multisig. Und das X steht eben für die Schlüssel, die man braucht, um etwas auszugeben. Und N sind eben die Schlüssel, die es insgesamt gibt. Das heißt, dieses Konzept funktioniert nicht nur zu zweit, sondern auch zu fünft oder zu zehnt. Und genauso kann ich eben sagen, es gibt 3 Schlüssel, die insgesamt vorhanden sind. Und davon brauchen wir aber nur 2. Das heißt, man könnte halt auch so Fallback-Geschichten bauen und so weiter. Im Fall von dem Lightning Multisig Wallet ist es ein 2 of 2 Multisig. Das heißt, ich habe einen Schlüssel, mein Kanal Peer hat einen Schlüssel. Und Auszahlungen können wirklich nur dann passieren, wenn wir beide die Transaktion unterschreiben. Und das ist auch der Grund, warum die Kanalkapazität am Anfang festgelegt wird und dann erstmal nicht mehr geändert werden kann, ohne dass der Kanal neu geöffnet wird. Denn wenn wir diesen Kanal öffnen, dann zahlen wir aus unserer On-Chain-Wallet einfach nur Geld, also Bitcoin, in ein Multisig-Wallet, was von beiden Nodes verwaltet wird. Das machen wir natürlich nicht einfach nur so, sondern bevor wir dieses Wallet dann tatsächlich auch eröffnen, also diese Transaktion in die Blockchain senden, lassen wir uns von unserem Channel-Partner eine Transaktion unterschreiben, die die gesamten Coins des Kanals wieder zurück an uns überweisen würde. Diese Transaktion senden wir natürlich nicht, sondern wir haben sie einfach nur in der Rückhand, um tatsächlich sicherstellen zu können, dass wir diese Coins, die wir hier im Kanal dann drin haben, auch wieder rausbekommen könnten. Nachdem die Initiale, die sogenannte Funding-Transaction, dann durch die Blockchain auch bestätigt wurde, steht der Zahlungskanal. Dadurch, dass unser Channel-Peer die Transaktion, die uns quasi alle Coins zurückerstatten würde, vorher unterschrieben hat, sind die Besitzverhältnisse äußerst klar. Alle Coins in diesem Kanal gehören uns, das heißt, das ist quasi Lightning-Balance, die wir ausgeben können. Um das Ganze zu visualisieren, stellt man sich oftmals vor, dass die Coins auf einer bestimmten Seite des Kanals liegen. Das tun sie natürlich nicht wirklich, aber so kann man sich das besser vorstellen. Ich habe jetzt hier mal so fünf kleine Kästchen gemalt. Wir hatten ja gesagt, dass der Kanal 1 Mio. Satoshi groß ist, das heißt, jeder dieser Kästchen repräsentiert jetzt 200.000 Satoshis. Wie gesagt, die Besitzverhältnisse sind klar, das heißt, ich habe sie jetzt auf unsere Seite des Kanals gezeichnet. Und wenn wir jetzt eine Zahlung über das Lightning-Netzwerk vornehmen würden, zum Beispiel an unseren Channel-Peer, dann würden wir ja jetzt visuell einfach mal, ich sage mal, 200.000 Satoshis an unseren Peer zahlen und die würden jetzt auf seiner Seite des Kanals liegen. Wie sieht das Ganze jetzt in Wirklichkeit aus? In Wirklichkeit unterschreiben beide Peers zusammen, also unsere Notes, davon kriegen wir gar nicht so viel mit, unterschreiben jetzt eine neue Transaktion. Also wir hatten ja am Anfang eine Transaktion unterschrieben, die sagt, alle Coins in diesem Kanal gehen an uns. Die neue Transaktion, die wir jetzt unterschreiben, besagt, von der Kanalkapazität 1 Mio. Satoshi, die in dem Kanal drin liegen, gehen 800.000 Satoshi an unser Wallet zurück und 200.000 Satoshis gehen an das Wallet unseres Peers zurück. Nochmal, um das klarzustellen, diese Transaktionen werden nicht gesendet, die werden in der Rückhand behalten. Das Senden dieser Transaktion wäre gleichzusetzen mit dem Schließen des Kanals. Also wenn einer der Peers diese Transaktion dann veröffentlicht, dadurch würde der Kanal geschlossen werden, das Geld von der gemeinsamen Multisignature Wallet an die jeweiligen Wallets zurückgezahlt werden. Da unser Peer jetzt eine von uns signierte Transaktion besitzt, die eben 200.000 Satoshis dieser gemeinsamen Wallet an ihn auszahlt, kann er davon ausgehen, dass er jetzt 200.000 Satoshis im Lightning-Netzwerk hat. Diese Transaktionen, die signiert sind, die sind auch nicht veränderbar. Also das sind endgültige Transaktionen. Wenn er die an die Blockchain sendet, wird er diesen Anteil aus dieser Wallet bekommen. Das heißt, die Lightning-Balance ist theoretisch nur fiktiv, weil sie ist eigentlich noch nicht ausgezahlt, aber diese Transaktion, die er hat, ist 100% gültig. Es ist eine echte Bitcoin-Transaktion. Das Geld, was er sich damit auszahlen lassen könnte, existiert in diesem Multisignature Wallet. Es ist für beide Peers auch einsehbar, dass dieses Multisignature Wallet existiert. Obwohl diese Balance nur rein rechnerisch ist, weil sie nicht tatsächlich da ist, hat er eben alles in der Hand, um diese Auszahlung 100%ig sicher und valide auch durchzuführen. Und so können wir dann auf diesem Zahlungskanal tatsächlich dauerhaft Zahlungen durchführen. Das heißt, ich könnte mit einer weiteren Transaktion nochmal 200.000 Satoshi an ihn schicken. Mein Peer könnte mir einmal 200.000 Satoshi zurückschicken oder auch alles zurückschicken. Also jedes Mal, wenn eine Zahlung vorgenommen wird, unterschreiben beide Peers eine neue, man nennt es auch Commitment-Transaction, wo der Channel-State eben festgelegt wird. Also wer kriegt wie viel Geld, wenn dieser Kanal geschlossen werden würde. Das wird jedes Mal neu festgelegt und dadurch, dass es eben echte, unterschriebene Bitcoin-Transaktionen sind, kann sich auch jeder sicher sein, dass er sein Geld dann tatsächlich auch besitzt. An diesem Beispiel erkennt man eventuell auch ganz gut, warum es nicht möglich ist, Geld durch einen Kanal, den wir geöffnet haben, wo die gesamte Liquidität auf unserer Seite des Kanals liegt, also in unserem Besitzes Geld zu erhalten. Denn wenn wir diesen Kanal öffnen mit einer Million Satoshis und alle Satoshi liegen auf unserer Seite des Kanals beziehungsweise in unserem Besitz, kann natürlich unser Peer jetzt keine Transaktion unterschreiben, wo er uns noch mehr allokiert. Das geht einfach nicht. Deswegen können wir über diesen Kanal nur raussenden, nicht aber Geld erhalten. Und es erklärt vielleicht auch, warum wir durch diesen Kanal niemals mehr als eine Million Satoshi schicken können. Denn in dieser Adresse hier existiert einfach nicht mehr Geld als eine Million Satoshi. Da jede Transaktion, jede Commitment-Transaktion, die wir mit unserem Peer unterschreiben, von dieser Adresse auszahlt, ist der maximale Auszahlungsbetrag tatsächlich die gesamte Menge, die in dieser Adresse existiert. Und besonders interessant wird es, wenn wir jetzt einen weiteren Peer hinzufügen. Ich habe unsere Zeichnung jetzt hier gerade mal ein bisschen erweitert. Und zwar, das hier ist mein Note. Ich kann die ja auch mal eben beschriften, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Also, das ist mein Note Fridolin. Das hier ist der Note BTC21.de, heißt er. So, BTC21.de und das ist der Note Curfew. Ich habe jetzt diese Namen einfach gewählt, weil ich sie neulich in dem Rebalance-Tutorial schon als Beispiel genommen habe. Deswegen nutzen wir die jetzt hier einfach. Die Channel-States sind jetzt vollkommen fiktiv. Wie wir eben besprochen haben, ist eine Lightning-Zahlung eigentlich nichts anderes, als dass ich mit dem Channel-Peer, der die Zahlung durchführt, eine neue Commitment-Transaktion unterschreibe. Also, eine Transaktion, die quasi das Channel-Volumen auszahlen würde. Wie ich bereits am Anfang gesagt habe, gibt es im Lightning-Network aber die Möglichkeit, auch Geld an Peers zu zahlen, mit denen man nicht direkt verbunden ist, sondern nur eine indirekte Verbindung durch das Netzwerk hat. Ich habe jetzt hier mal eine relativ einfache Verbindung aufgezeichnet. Das wäre eine Verbindung mit einem Hop. Wie wir sehen können, gibt es keinen direkten Kanal zwischen BTC21.de und Curfew. Trotzdem kann BTC21.de Geld an Curfew senden. Allerdings brauche dafür meine Hilfe. Also, die Hilfe meines Nodes. Denn, wenn Curfew jetzt eine Invoice erstellen würde über 200.000 Satoshi und BTC21.de möchte dieses Invoice erstellen, kann das Ganze über Fridolin als Routing-Hub gezahlt werden. Und in echt würde das tatsächlich nicht so aussehen, dass BTC21.de jetzt seine 200.000 Satoshi hier an das Curfew sendet. Denn diese 200.000 Satoshi sind ja Teil des Multi-Sick-Wallets, was ich zusammen mit BTC21, beziehungsweise Fridolin zusammen mit BTC21 hat. Das heißt, dieses Geld kann diesen Kanal nicht verlassen. Das ist nicht möglich. Was aber möglich ist, ist, dass BTC21 sowohl mit mir, als auch ich mit dem Curfew einen Vertrag sozusagen schließe. Im Lightning nennt sich das Ganze Hash-Time-Lock-Contract. Das ist dann tatsächlich ein bisschen komplizierter. Aber wir können uns das so vorstellen, dass zum Beispiel Joko, also der Joko von BTC21, war in Kopenhagen beim Curfew und hatte einen Drink genommen und möchte jetzt von seinem Note diesen Drink im Curfew bezahlen. Nun ist es so, dass BTC21.de zu meinem Note kommt und sagt, hey, ich möchte bitte, dass du dem Curfew 200.000 Satoshi schickst. Ich weiß, ihr habt einen Kanal miteinander. Dafür schicke ich dir 200.000 Satoshi, beziehungsweise ich schicke dir nicht nur 200.000 Satoshi, sondern ich schicke dir 200.000 Satoshi und ein klein wenig on top. Das ist die sogenannte Routing-Gebühr. Die darfst du dann behalten, damit ich auch ein Incentive dafür habe, dieses Routing vorzunehmen. Ich als Routing-Hop kann mir da sehr sicher sein bei dieser Transaktion, denn das Ganze ist tatsächlich kryptografisch so abgesichert, dass diese Zahlung von mir an das Curfew nur dann stattfindet, wenn ich das Geld von BTC21 auch erhalte. Und genauso sieht es eben bei BTC21 aus. Auch diese Transaktion von BTC21.de an Fridolin findet nur dann statt, wenn die Transaktion von Fridolin an Curfew auch stattfindet. Und wenn die Route eben noch länger werden wird, also ich habe hier unten nochmal zwei Pfade eingezeichnet, die irgendwie ins Nichts führen. Also hier unten ist vielleicht noch ein Note und dann ist hier hinten noch ein Note. und auch dahin könnte BTC21 dann zahlen und jedes Mal würden die einzelnen Notes quasi miteinander diese Verträge schließen. Und es wird insgesamt alles in einem großen Vertrag festgehalten, dass niemand hier irgendwie am Ende Geld behält, was ihm gar nicht gehört. In diesem Fall würde es jetzt so aussehen, wenn, wie gesagt, Yoko im Curfew einen Drink nimmt und den dann bezahlt, dann würde er 200.000 Satoshi an mich schicken und ich würde 200.000 Satoshi an das Curfew schicken. Also das ist das Geld in dem Kanal. Und so wäre die Transaktion eben durch, ohne dass Yoko direkt einen Kanal mit dem Curfew hat. Besonders interessant ist, ich weiß in diesem Fall gar nicht so viel von der Transaktion. Das ist jetzt eine Transaktion, wo ich der einzige Hop bin. Das ist relativ eindeutig, weil ich weiß, von wem erhalte ich das Geld und an wen sende ich das Geld. Aber sagen wir mal, eine Note hier oben möchte an eine Note hier unten etwas zahlen und eben genau dasselbe findet jetzt im Groß statt. Also das Geld wird hier hingeschoben, dann schickt hier in dem Kanal Geld hier, dann schickt Yoko in dem Kanal hier Geld hier rüber, ich schicke in meinem Kanal Geld hier rüber und das Curfew schickt in seinem Kanal das Geld hier rüber, dann wüssten die jeweiligen Hops, in diesem Fall ja btc21.de, Fridolin und Curfew, jeweils nur, wo das Geld herkommt und wo sie es hinschicken sollen. Nicht aber, also den direkten Peer davor und den direkten Peer danach. Nicht aber, wo kommt das Geld ursprünglich her und wo geht es final irgendwann mal hin. Das heißt, wenn man eine Zahlung routet, dann sieht man nur, wo kommt das Geld her und wo geht es hin. Also wo kommt es jetzt direkt her und wo muss ich es direkt hinschicken. Das sind ja Informationen, die brauche ich auch, um dieses Routing überhaupt durchzuführen als Note. Aber alles darüber hinaus, wer jetzt hier gerade wen bezahlt, ist nicht ersichtlich. Das Ganze nutzt die sogenannte Onion-Technologie. Das heißt, ich habe quasi eine große, es heißt Onion, weil es halt tatsächlich, man kann es sich wie eine Zwiebel vorstellen. Es gibt mehrere Schichten und ich habe jeweils nur, also es ist eine verschlüsselte Nachricht in mehreren Schichten und ich habe jeweils nur die Möglichkeit, meine Schicht zu entschlüsseln und kriege dann eben die Informationen, die für meine Schicht notwendig sind. Und nachdem ich diese Schicht abgezogen habe, die Informationen daraus ausgelesen habe, gebe ich den Rest der Zwiebel eben weiter an den nächsten Teilnehmer. Der hat dann den Schlüssel für die nächste Schicht und so weiter. Und so kann eben jede Note weiß, woher das Geld kommt und wo es hin soll, aber eben nicht, wie es dann weitergeht. Und so funktionieren Zahlungskanäle und Zahlungen im Lightning Network. Ich kann jetzt hier nochmal kurz zeigen, wie eigentlich ein Circular Rebalance aussehen würde. Das Thema haben wir ja nämlich auch immer wieder häufig. Wie funktioniert das eigentlich mit der Liquidität und dem Circular Rebalance? Ich habe jetzt hier drei Zahlungskanäle zwischen drei Peers. Es gibt einen Zahlungskanal zwischen Fridolin und btc21.de, es gibt einen Zahlungskanal zwischen Fridolin und dem Curfew, es gibt einen Zahlungskanal zwischen dem Curfew und btc21.de. Und jeder dieser Zahlungskanäle ist in diesem Fall jetzt 800.000 Satoshis groß. In diesem Fall ist es jetzt so, dass tatsächlich in alle Richtungen Zahlung vorgenommen werden kann. Allerdings nicht direkt, denn wenn btc21.de jetzt an Fridolin Geld senden wollen würde, wüsste er, okay, über meinen Kanal kann ich das nicht machen, weil da fehlt mir die Liquidität. Ich kann das nur machen, indem ich quasi Geld in das Curfew schicke und das Curfew schicke Geld an Fridolin. Das ist nicht unbedingt wirtschaftlich klug, denn hier fallen ja Routinggebühren an und vor allen Dingen limitiert uns das auch ein bisschen in der Art und Weise, wie wir hier arbeiten können, denn btc21.de weiß zwar, dass diese Route existiert, aber kann nicht sicher sein, dass hier diese Liquidität tatsächlich vorhanden ist. Die könnte jetzt ja auch auf meiner Seite sein und wenn das jetzt so aussehen würde, dann gäbe es tatsächlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie Geld an mich zu senden. Was wir in diesem Fall machen, ist ein sogenannter Circular Rebalance. Das hatte ich in dem Rebalancing Tutorial einmal erzählt. Wir machen quasi eine Zahlung, wir gestalten eine Zahlung an uns selbst, um die Liquidität umzuverteilen. Ich kann jetzt nämlich sagen, ich, Fridolin, möchte eine Zahlung an mich selbst vornehmen in Höhe von 400.000 Satoshi und diese Zahlung soll über eine gewisse Route gehen, nämlich btc21, Curfew und dann zurück an mich. Das heißt, wie das in der Praxis jetzt aussehen würde, ich würde eben, wie gesagt, wir würden diese Verträge schließen und dann würde ich Geld an btc21 schicken, btc21 würde Geld an Curfew schicken und das Curfew würde Geld an mich schicken. Und wie wir jetzt sehen, ich habe immer noch insgesamt 800.000, also vier Blöcke auf meiner Seite, btc21 hat auch noch vier Blöcke auf seiner Seite und das Curfew hat auch noch vier Blöcke auf seiner Seite, aber jeweils umverteilt. Das heißt, anstatt hier vier zu haben und hier null, habe ich jetzt auf beiden Seiten zwei und bei den anderen beiden Notes ist das eben auch so. Wir haben jetzt Liquidität umverteilt, das heißt, in diesen Kanälen kann jetzt Liquidität in beide Richtungen fließen. Zwar nicht mehr 800.000, sondern jeweils nur noch 400.000, aber wir haben jetzt quasi aus einem unilateralen Kanal, also einen Kanal, durch den eben nur in eine Richtung Geld fließen kann, einen bilateralen Kanal gemacht. Ich hoffe, ich konnte das ganze System einigermaßen verständlich erklären. Ich weiß, das ist immer nicht ganz so easy zu verstehen und das ist ein bisschen abstraktes Konzept und vor allen Dingen, wenn einem die Grundkenntnisse über Bitcoin-Transaktionen fehlen, ist das vielleicht noch schwieriger zu verstehen. Wenn ihr Fragen zu dem Ganzen habt, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne auf Telegram schreiben oder ihr schreibt einfach hier unter dem Video in die Kommentare. Ich werde schauen, dass ich möglichst viele Fragen dann auch tatsächlich beantworten kann. Ich hoffe, dass ihr etwas gelernt habt, dass ich euch etwas auf euren Weg als Note-Operator mitgeben konnte und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit Lightning und euren Zahlungskanälen und eurem Lightning-Note. Wenn ihr mir persönlich einen Gefallen tun wollt, dann lasst doch einen Shoutout bei 21 da, da freue ich mich sehr drüber und wir sehen uns im nächsten Tutorial. Bis dann! euch attractive! Ich möchte die kleinen arbeeren! Ich kann damit das mit der系lichen